Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader und herzlich willkommen zu dem Webinar der heutigen Handelsideen, wo wir einen Blick in die Märkte werfen, wo Action in die Märkte kommen kann, all diese Dinge, die uns im Trading auch Spaß machen. Da schauen wir auf ein paar Ideen. Das Ganze wie immer präsentiert von Tickmel, ihrem Broker für Forex Aktienindizes, Rohstoffe, Anleihen und Kryptowährungen. Mein Name ist Mike Seidel. Diejenigen, die schon länger zuschauen, kennen mich auch, wissen so ein bisschen auch schon Bescheid, wie ich meine Handelsideen hier auch finde. Das sind die wichtigen Sachen, auf die ich blicke. Das sind Trendverläufe, das sind Widerstände, das sind Unterstützungen, das sind interessante Chartformationen innerhalb von Bewegungen und Korrektoren. All diese Dinge fließen jeden Morgen auch in die Betrachtung meiner Märkte und die Handelsideen, die ich Ihnen hier im Webinar jeden Morgen auch bespreche und so gegen 8 Uhr auch im Blog von Tickmel, beziehungsweise auf Facebook zur Verfügung stelle. Wie immer zu Beginn der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Was war das denn gestern für ein Handelstag? Wir haben den Morgen schon gestartet im DAX mit unangenehmen Nachrichten. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe, das viel schlechter aus, als das erwartet wurde. Was ist dann passiert? Wir haben es gesehen im DAX. Der DAX ist gestern ordentlich auch in die Knie gegangen. Dann hatten wir gestern eine Handelsidee, beispielsweise hier auch im Neuseeland-Dollar japanischer Yen, wo ich gesagt habe, hier diese Kerze, ich markiere Ihnen die mal ganz kurz, diese Kerze hier an dieser Stelle war die Umkehr und zwar, ach sie haben wir noch verkehrt, diese Kerze hier war die Umkehrkerze. Das Signal ist gestern Morgen schon angelaufen, als wir im Webinar miteinander gesprochen hatten und ich sagte gestern, naja es wäre schön, wenn ein kleiner Rücksetzer kommen würde und der Markt dann auch nach unten läuft und ja, es ist einfach gekommen, wie es kommen sollte. Es gab auch einen Rücksetzer und schauen Sie, was der Markt hier gestern gemacht hat. Es kam ordentlich zur Bewegung und wir sind hier richtig reingelaufen in das untere, in den unteren Bewegungsbereich dieses Trends. Also Sie sehen, es gab einiges an Bewegung. Es macht Sinn, die Handelssignale auch mal genauer anzuschauen und sich hier und da wirklich auf die Laue zu legen, um diesen guten Kursrutschen entsprechend auch einiges an Performance im Portfolio auch miteinander sprechen zu lassen beziehungsweise laufen zu lassen. Also hier, das ist dann die interessante Geschichte, die wir hier entsprechend auch haben. Hier morgen, gestern Morgen war hier der Markt halt schon hier reingelaufen. Dann kam es zum kurzen Rücksetzer und der konnte, wie schon gesagt, richtig gut entsprechend auch dazu genutzt werden, in die Märkte einzusteigen. Und schauen Sie, wir hatten gestern drüber gesprochen, das Potenzial ist halt da gewesen, bis in diesen Bereich hier runter erstmal zu laufen. Der Markt ist gestern direkt reingelaufen. Also hier war wieder richtig Action im Markt und das ist ja genau das, was wir Händler brauchen. Und damit, bevor wir in die Charts auch zurückgehen, was sorgt häufig für Action in dem Markt? Na klar, es sind die Tagesnachrichten. Heute stehen wieder einige Nachrichten auf der Uhr. Ein paar gab es auch schon. Sie haben es gesehen hier um, oder Sie sehen es gerade, um 8 Uhr wurden Nachrichten zum Bruttoinlandsprodukt in Deutschland veröffentlicht. Wir haben aktuell eine Angabe von einem Wachstum von 0,3 Prozent auf Quartalsbasis, also zum ersten Quartal. Das passt genau in die Prognose. Es gab keine Veränderungen. Das Ganze auch auf Jahresbasis. Hier das Bruttoinlandsprodukt bei 1,6 Prozent an Wachstum. Also das ist alles ohne Erwartung oder ohne Enttäuschung oder positive Überraschung geblieben. Der GfK Konsumklimaindex, der war leicht, leicht unter der Prognose. Prognose waren 10,8. Wir sind hier bei 10,7. Ich glaube, da wird man nicht wirklich viel an den Märkten merken bei zu einer kleinen Abweichung. Also hier ist alles relativ stabil. Was gibt es am Nachmittag noch? Es gibt um 16 Uhr in den USA die Information über die Verkäufe bestehender Häuser und dann hier hin und wieder mal noch etwas Besprechung von FOMC-Mitgliedern und am Nachmittag dann um 14.30 Uhr die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Hier die Prognose 220.000 Anträge sollten gestellt werden. Das zu den Zahlen, die können Sie sich gerne auch auf die Uhr legen, damit Sie zu den richtigen Zeiten am Markt wissen, wann genau es zu Liquiditätsengpässen, größeren Spreads kommen kann, weil die Nachrichten dann hinauskommen und die ersten Reaktionen häufig ziemlich heftig auch ausfallen. Das sind die Dinge, die planen wir natürlich immer mit den Nachrichten und damit direkt in die Charts hinein. Ich habe es heute Morgen im Blog auch geschrieben. Mir geht es heute um drei Währungen wieder und zwar Euro-Norwegische Krone, US-Dollar, Schweizer Franken und das Währungspaar US-Dollar, japanischer Yen. Ich gehe gleich mal für Sie in den Euro-NOK hinein. Hier wie immer im Tagesschart auch die Analyse. Sie sehen das große Bild hier an dieser Stelle. Wir haben einen Abwärtstrend im großen Bild. Wir haben innerhalb dieser Bewegungen und Korrekturen immer wieder auch Trends am Laufen. Das sehen wir jetzt hier auch schön. Die Bewegung, die wir momentan haben, hat einen Abwärtstrend gebildet, weil einfach genügend Raum und Luft hier in diesem Bereich ist. Zu dem Thema Zusammenfluss von Trendgrößen hatte ich ja vor ein paar Webinaren zu den Freitagswebinaren auch einmal ein Spezialthema behandelt. Und ich werde am morgigen Freitag einmal das Thema behandeln, Zusammenfließen von Zeiteinheiten. Weil manchmal nutzt man die Trendgrößen, die ineinander fließen. Manchmal nutzt man die Zeiteinheiten, die ineinander fließen. Das muss zu Ihrem Handelstil passen und auch zur aktuellen Marktsituation. Und das werde ich dann morgen entsprechend auch einfach mal im Freitagswebinar beleuchten, wie man das anstellt mit den Zeiteinheiten. Wie man diese clever miteinander kombiniert, dass Sie hier auch Ihre Vorteile rausziehen können. Und mit Blick in diesen Chart, ich mache den für Sie gleich mal auch noch etwas größer, haben wir hier die Situation gegeben, dass der Markt sozusagen hier, Sie sehen selbst, der Trendverlauf, der Abwärtstrendverlauf der Bewegung ist jetzt hier in diesem Bereich des entsprechenden Tiefpunktes der letzten Bewegung angekommen. Das habe ich hier mit blau markiert und diese Bereiche sind, je nachdem wie der Markt in seiner Verfassung ist, sind das Bereiche, durch die der Markt einfach durchgeht. Das ist dann meistens der Fall, wenn die Korrekturen nicht ganz so tief gewesen sind wie hier. Oder aber es ist ein Bereich, wo der Markt erstmal wieder rumdreht. Das passiert dann häufig, wenn Bewegungen von Trends doch weit gelaufen sind. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, diesen untergeordneten Trend hier, dann steht dieser Markt auch doch schon deutlich in der Bewegung. Das heißt, wir haben hier doch momentan eine Wahrscheinlichkeit, dass der Markt hier auch rumdreht. So richtig Dynamik ist jetzt hier noch nicht aufgekommen. Sie sehen es aber, die Kerze im heutigen Tagesverlauf wird grün. Kommt es hier zu einer Korrektur, dann sehen Sie das auch im untergeordneten Stundentrend, dass sich der Markt nach oben bewegt. Das wären dann die nächsten Widerstände im Chart, wenn es auch zu tieferen Korrekturen kommt. Hier erstmal das Hoch des gestrigen Tages bei 953,470 und dann gefolgt von einigen weiteren Hoch, beispielsweise von 955,674. Kommt es zur Schwäche, das heißt, geht der Markt einfach hier unten drunter durch. Dann liegen entsprechend die nächsten Unterstützungen hier im Chart. Ich mache das mal ganz kurz etwas kleiner für Sie, dass wir noch genügend Historie im Chart auch sehen. Wir brauchen das nämlich, dann haben wir hier unten, Sie sehen es hier, dieses Korrektortief, dieses übergeordneten oder dieses vorher herangegangenen Aufwärtstrends um die Bereiche von 9,43,514 liegen. Dann haben wir hier dieses Level, wo der Markt, Sie sehen es, immer mal von unten angestoßen ist. Damals war es ein Widerstand, dann ist der Markt rübergegangen, also jetzt eine Unterstützung. Das wäre dann auch ein Anlaufbereich nach unten hin bei 9,41,250 und dann sehen Sie es hier unten drunter ein Stück weiter noch weg, die 9,37,676. Das wären dann entsprechende Anlaufmarken hier im Tagesschart, wenn der Markt doch direkt auch Anlauf nach unten nimmt. Er hat sowas bis jetzt noch nicht gemacht, dieser Trend. Sie sehen es ja, er ist auch immer etwas über den Punkt 2, also unter diesem Tiefpunkt hier unten drunter gelaufen und hat dann tief korrigiert. Wenn er dasselbe macht wie jetzt, dann wäre eine Korrektur das, was wir hier erwarten können. Aber wir wissen nicht, was die Märkte machen. Aus diesem Grund ist es immer clever, zwei Handelsszenarien für eine solche Situation zu haben, um dann, wenn der Markt Situation A oder Situation B spielt, entsprechend hier auch gefasst zu sein und zu wissen, was zu tun ist. Werfen wir hier mal eben einen Blick in den Markt hinein. Sie sehen, was hier gestern passiert ist. Wir haben hier eine Kerze. Ich schalte nochmal ganz kurz zurück in den Tagesschart. Sehen Sie, diese Kerze ist ja sehr, sehr stark gestern nach oben gelaufen, um dann wieder runter zu laufen. Und dieser Schub nach oben hat den Stundentrend hier etwas gebrochen. Das heißt, hier sehen Sie, ist der Markt doch stark mal kurz nach oben gelaufen, in diesen Widerstandsbereich hinein, um dann massiv nach unten zu laufen. Was wir jetzt hier bräuchten, sozusagen, wenn der Markt nach unten geht, nachhaltig, entsprechend nach oben erstmal geht, entschuldigen Sie, wenn die Korrektur dann doch einsetzt, dann sollten wir hier einen Aufwärtstrend in der Stunde sehen, die dann den Markt möglicherweise nach oben bringt. Das sind dann interessante Levels. Das heißt, erstmal, wie schon gesagt, hier oben dieses Hoch, diesen Peak, den sollte der Markt anlaufen. Dann haben wir hier in diesem kleinen untergeordneten Trendverlauf immer mal so Punkte gehabt, wo der Markt sozusagen Hochs gefunden hat. Das sind dann entsprechende Anlaufpunkte, beziehungsweise dann hier oben natürlich das, was Sie im Stundenschart auch sehen können, wo Marken sind aus der großen Abwärtsentwicklung, die wir gehabt haben. Das sind immer wieder Anlaufpunkte, die gerne genommen werden, wenn es nach oben hier entsprechend geht. Im Blick auf das ganze Bild jetzt ist der Markt hier natürlich aktuell in einer kleinen Korrektur. Das heißt, wir haben hier definitiv noch keinen Aufwärtstrend. Das heißt, Trendszenarien in die Aufwärtsrichtung spielen momentan noch keine Rolle. Aber mit Blick auf den Tag haben wir hier dieses Widerstands- bzw. Unterstützungslevel in diesem Bereich. Also momentan sind wir ja noch drin. Da ist es sozusagen eine Unterstützung. Wenn der Markt stärker hat, dann finden wir den Aufwärtstrend im Stundenschart mit großer Wahrscheinlichkeit auch wieder. Okay, dann schauen wir in das nächste Währungspaar. Und zwar ist das der US-Dollar, Schweizer Franken. Auch den mit Blick erstmal wieder in den Tagesschart hinein. Hier eine doch auch nette Situation gestern gewesen. Was fand ich interessant hier an diesem Punkt? Wir hatten dieses Währungspaar auch schon mal auf der Uhr gehabt. Schauen Sie, der Markt ist hier massiv einfach nach oben reingeschoben. Und hat dann sogar noch das Langzeithoch hier an diesem Punkt rausgenommen. Hat dann allerdings keine Stärke mehr gefunden, um wirklich nach oben zu laufen. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Abwärtstrend, der hier ersichtlich ist im Tagesschart. Und dieser Abwärtstrend an sich hat gestern hier eine Kerze hinterlassen, die erstmal meinerseits Interesse geweckt hat. Was hat Interesse geweckt? Interesse hat geweckt der Blick hier in den Stundenschart auch hinein. Weil, Sie sehen es auch selbst, wir hatten eine sehr, sehr starke Bewegung nach oben gehabt. Die hat erstmal hier einiges an Hochs rausgenommen in diesem Abwärtstrend der Stunde. Hat also sozusagen das hier gebrochen, allerdings noch keinen Aufwärtstrend gebildet. Das ist jetzt das Interessante an dieser Situation. Wenn der Markt sich hier unten fängt und anfängt wieder zu steigen, dann wäre das ein Signal, dass hier die Nachfrage wieder umkehrt. Und wir möglicherweise jetzt an dieser Stelle eine erste Chance bekommen, wieder auf steigende Kurse entsprechend zu setzen. Heißt, der Markt muss hier natürlich nach oben laufen. Die nächsten Widerstände, Sie sehen es, ich habe sie hier auch auf dem Trendverlauf rausgenommen, wären dann entsprechend zu sehen. Auf alle Fälle erst einmal hier um dieses Hoch, um diesen Hochpeak, den wir hier hatten. Das sind dann die Preise. Wo stand das hoch? Wir gucken mal kurz nach bei 0,99781. Da muss der Markt sozusagen auch drüber, um dann hier oben hinzulaufen. Und wenn der Markt da drüber läuft, dann sehen Sie auch, haben wir hier einen Aufwärtstrend. Diejenigen von Ihnen, die das in den noch kleineren Zeiteinheiten traden, die sich sagen, okay, jetzt ist dieser Abwärtsdruck ja erstmal weg. Wir hatten eine starke Aufwärtsbewegung. Sobald die kleineren Zeiteinheiten wieder long sind, kann man hier reingehen. Dann hat man den Aufwärtstrend. Wir bewegen uns dann wieder in Richtung dieser trendbrechenden Bewegung. Das ist für kleinere Zeiteinheiten häufig auch eine gute Art und Weise, kurzfristig auch zu agieren. Da kann man nämlich die Hochpunkte, die diese Abwärtsbewegung hier mitgenommen hat, auch mit antraden. Wenn der Markt positiv nach oben verläuft, sind das ja genau die Dinge, die hier spannend sind. Also das heißt, wir haben ja hier entsprechend im Markt auch dieses Korrekturmuster, was ich sehr, sehr gerne trade, diesen Abwärtstrendkanal sozusagen, diesen engen Kanal. Und wenn der Markt hier entsprechend ausbrechen sollte, dann haben wir hier natürlich frühe Möglichkeiten aus den kleinen Zeiteinheiten in Richtung dieser ersten initialen Bewegung zu traden. Und wenn sich das Ganze dann fortsetzt, dann haben wir hier oben entsprechend die Trendentstehung. Das heißt, wir können hier auch sehr schön die Frage beantworten, wer kauft nach uns. Und damit wären das hier da oben natürlich Leute, die sich sagen, wenn hier ein Trend entsteht, dann möchte ich reingehen. Und dann haben wir hier entsprechend noch die Absicherungsorder der Händler, die diesen Markt nach unten getradet haben. Also da kommt noch einiges an Signalen hinten dran, an Käufergruppen, die möglicherweise im Markt aktiv sind. Und das sind immer schöne hochgradig potenzielle Trade-Chancen, die in den Märkten warten, wenn der Markt sie entsprechend spielt. Das heißt hier mit Blick in den Tagesschart, wenn die entsprechende Bestätigung auch kommt, dass dieses Umkehrsignal vom Markt getradet wird, dann wäre das hier ein erstes Signal, wo wir nach oben gehen können. Denn wohlwissend, wenn man sich diese gesamte Bewegung mal anschaut, wie lang die auch gewesen ist, dann sieht man hier natürlich auch entsprechend, dass hier noch nicht wirklich viel korrigiert worden ist. Also es kommt so ein bisschen darauf an, was der Markt hier macht. Aus diesem Grund schauen wir einfach hin, wie sich der Markt verhält. Auf der Unterseite haben wir jetzt hier die nächsten Unterstützung liegen. Erst einmal am Korrektortief von gestern um die 0,98,927, beziehungsweise dann hier unten, wo der Markt hier etwas mal korrigiert hat, auch in diesem Bereich. Da sind wir hier im Preisbereich von 0,98,668 an dieser Stelle, was hier an nächsten Unterstützung im Markt auch liegt. Also wenn es stärker aufkommt, ist das die Idee, dieses Signal entsprechend als Umkehr der Nachfrage hier zu werten. Ansonsten wird die Korrektur noch tiefer laufen, dann ist natürlich das gerade besprochene Handelsszenario auch erst einmal hinfällig. Und damit wechseln wir zum dritten Währungspaar, auch wieder US-Dollar korreliert, und zwar US-Dollar japanischer Yen. Hier im Tagesschart, Sie sehen es, worauf ich mich beziehe. Ich beziehe mich auf diesen laufenden Aufwärtstrend, den wir hier im Markt auch haben. Dieser Aufwärtstrend ist mittlerweile doch ganz ordentlich korrigiert. Ich habe es mal reingelagt, wir sind hier an die 75%-Marke herangelaufen. Gestern der Tag ein starker Abwärtsschub nach oben, dann eine kräftige Erholung. Heute die Tendenz wieder nach unten gesehen. Und jetzt setzt momentan auch wieder so ein bisschen Erholung an. Das ist immer ein interessantes Spannungsumfeld, was sich hier entsprechend aufbaut, weil wir bei diesen tiefen Korrekturen in der Annahme, dass dieser vorhergehende oder übergeordnete Trend sich fortsetzt, natürlich sehr viel Potenzial nach oben haben. Das heißt, wenn man hier relativ früh in den Markt hineinkommt, das heißt die ersten Umkehrsignale in den untergeordneten Zeiteinheiten nutzt, dann ist das natürlich sehr, sehr spannend, weil Sie sehen, wie viel Platz nach oben ist. Und je näher wir diesen unteren Leveln kommen, je kleiner wird auch die Möglichkeit, oder je kleiner wird das Absicherungsrisiko in Euro bzw. in der entsprechenden Währung, was wir benötigen, das ist natürlich sehr, sehr, sehr spannend. Und wir haben hier die Situation, dass der Markt tief korrigiert hat. Wir können innerhalb der Korrektur natürlich noch in diesem Bereich, bis in diesen Bereich hier unten laufen, bis um das Korrektortief dieses letzten Trends. Ich zeichne Ihnen das einfach mal ein. Wir hatten jetzt hier oben gestartet entsprechend die Bewegung. Ich mache diese Farbe mal kurz etwas anders, dass Sie das besser lesen können bzw. sehen können im Video. Das heißt, hier hatten wir die Korrektur, die hat ihr tief hier unten gefunden und dann hat es den Markt sozusagen schön nach oben geschoben. Hier hat sich untergeordnet sogar ein Trend gebildet. Auch dieser ist momentan tief in seiner Korrektur. Und der Markt hat jetzt halt die Möglichkeit, diesen untergeordneten Trend erstmal bis hierhin zu korrigieren, bis in diesen Bereich von, wo haben wir es hier unten, 109, 137. Das ist der nächste Unterstützungsbereich, den wir hier haben. Die Korrektur kann dann im Bereich des großen, also des übergeordneten Trends, dann sozusagen hier noch ein bisschen das Tief reinlaufen bei 108,635. Das ist das Potenzial, was die Korrektur nach unten noch mit bietet. Wie schon gesagt, die Unterstützung habe ich Ihnen hier entsprechend in den Chart auch hineingelegt. Wenn der Markt allerdings rumdreht, dann haben wir nach oben hin auch einiges noch an Potenzial. Das heißt hier die nächsten Widerstände nach oben hin. Da schauen wir auch gleich mal in den Stundenchart hinein, weil das sind halt Dinge, da macht es Sinn, in die untergeordnete Zeiteinheit zu schauen. Das ist das Thema für den edukativen Teil im morgigen Webinar. Das ist dann halt ein Punkt, wenn der Markt hier einen Aufwärtstrend nach oben bildet, dann liegen hier interessanterweise die entsprechenden Widerstandsbereiche auch an den hochsten Abwärtstrends, den wir jetzt hier sehen. Und das wäre dann als nächstes sozusagen der Bereich hier von 110,334, gefolgt von 110,523. Hier oben ist der nächste Bereich bei 111,035, gefolgt von 111,189, bis wir dann hier oben am Hoch sind bei 111,358. Und Sie sehen, hier oben gerade diese Bereiche, die liegen sehr, sehr eng aneinander. Das heißt, wenn es hier zu Dynamik kommen sollte, dann kann es auch relativ fix kommen, dass diese Bereiche hier oben angelaufen werden. Und das macht es so spannend und wir können uns hier unten halt eng absichern, wenn der Markt zu tief rausgeht. Das heißt, das Risiko ist überschaubar. Und wenn Sie mal schauen, das Potenzial, was der Markt nach oben hat, das ist das, was diese Handelsidee für mich persönlich so spannend macht und einen Fokus entsprechend hier auch haben sollte. Das zu meinen Handelsideen für den heutigen Tag. Ich schaue mal gerade noch im Chat hier auf Facebook. Da gibt es momentan keine Fragen, keinen Wunschmarkt. Ich sage es auch immer wieder, wenn Sie mal den ein oder anderen Wunschmarkt haben, scheuen Sie sich nicht, tippen Sie das ruhig ein und wir gucken mal, was hier für Sie der Markt gerade macht. Meinen Blick auf den entsprechenden Wunschmarkt. Vielleicht hilft Ihnen diese Information entsprechend auch weiter für das ein oder andere Handelssetup. Dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Das Video ist jetzt aber sofort auch als Download bzw. als regelmäßiges Anschauungsmaterial auf Facebook natürlich gespeichert. In ein paar Minuten wird das Ganze auch, wie ich das immer erwähnt habe, im YouTube-Kanal von Tickmill zu sehen sein. Da können Sie diese Webinare auch immer wieder anschauen. Und morgen gibt es dann zur klassischen Marktbesprechung dann auch wieder die große Analyse der Indizes. Wir schauen auf den Wochenausblick für die nächste Woche, was an wichtigen Nachrichten auf uns wartet. Und es gibt ein bisschen Edukation diesmal in Richtung des Zusammenfließens von Trends in unterschiedlichen Zeiteinheiten. Ich freue mich, dass Sie heute wieder dabei waren. Ich wünsche Ihnen gute Trades, einen erfolgreichen Tag und wir sehen uns dann morgen um 9 Uhr und lesen voneinander ab 8 Uhr im Blog. Bis dahin, alles Gute, Ihr Mike Seidel.